Servus, Giovane. Servus. Pilz, helles oder Weizen? Weizen. Welches schmeckt dir am besten? Paulana Weizbier. Wer war eigentlich dein Lieblingsspieler? Lieblingsspieler? Effenberg. Und warum? Weil der ein Tier auf dem Platz war, der wollte immer gewinnen und hat uns immer nach vorne gepusht. Warum ist Fußball eigentlich so geil? Weil das verbindet Menschen. Also ich bin halt Brasilianer, hätte nie gedacht, dass ich die Möglichkeit bekomme, in Deutschland zu spielen. Und ja, ich war hier zehn Jahre lang. Samba oder Schubplattler? Samba. Obwohl beide können ja auch nicht tanzen. Was gefällt einem Brasilianer in Bayern eigentlich am besten? Oktoberfest. Bitte ergänzen. Für einen Tag wäre ich gerne mal? Für einen Tag? Pilot. Was ist die nervigste Frage der Journalisten? Wieso haben sie nicht getroffen? Womit bringst du deine Frau auf 180? Reisen. Im Aufzug stecken bleiben. Lieber mit Kalle Rummenigge oder mit Uli Hoeneß? Ai, ai, ai. Also lieber Uli. Dein Lieblingslied? Also brasilianische Musik. Alles. Also ich bin ganz flexibel. Magst du mal vorsingen? Sehr schön. Hast du schon mal einen Promi nach einem Selfie gefragt? Ja, klar. Welchen? Franz Beckenbauer. Du warst ja für deinen Torjäger früher bekannt. Welcher Torjäger ist aktuell der Beste? Robert Lewandowski. Wie hast du geschaut, als Bayern 2013 die Champions League gewonnen hat? Ich war im Stadion, also live dabei und habe richtig mitgefiebert. Und wie hast du geschaut, als Oli Kahn 2001 den letzten Elber gehalten hat? Ich war besoffen vor Glück, dass wir das Ding gewonnen haben. Danke, Giovane. Danke.